Musik So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Kritik auf diesem Kanal und heute geht es um den Film Die Unfassbaren 2 Ja bereits schon vorgestern hatte ich ja meine Kritik hochgeladen zu Die Unfassbaren und hat gesagt, dass mir der Film sehr viel Spaß gemacht hat Dann habe ich den ersten Trailer zu Die Unfassbaren 2 gesehen Gut, fand ich nicht so gut, weil nämlich Danny Radcliffe in diesem mit vorkam und da habe ich erst so gedacht, uuuh, Zaubertricks, Danny Radcliffe, Harry Potter Ich wusste es nicht, ich hatte so ein bisschen Angst davor, dass der den Film vielleicht kaputt machen kann Dazu aber später mehr Kommen wir mal so ein bisschen zu der Handlung von Die Unfassbaren Ein Jahr ist es jetzt bereits her, dass die Reiter untergetaucht sind nach ihrem letzten Coup gegenüber Arthur Tressler gespielt von Michael Caine noch im ersten Teil Er kommt im zweiten Teil definitiv auch wieder vor Und jetzt sind sie wieder zurück Führen mal wieder ihre typischen Zaubertricks auf einer Bühne vor beziehungsweise sind kurz davor etwas vorzuführen Aber dann passiert folgendes Sie werden sozusagen aufs Ohr gehauen oder hintergangen und dann plötzlicherweise springen sie, wie wir im Trailer bereits schon gesehen haben von einem Dach in New York und landen in China So, und jetzt kommt das Interessante halt, wie gesagt Wie ist das passiert? Viel aufgeklärt Sie müssen jetzt überhaupt gucken Wer hat sie denn übers Ohr gezogen? Mit wem kann man sich überhaupt noch verbünden? Wem kann man trauen auf jeden Fall? Und natürlich wieder die herbesten Zaubertricks, die es gibt werden natürlich hier gezeigt Die Unfassbaren 2 Also wieder draußen ein Film wo ich sagen kann Ja es hat wieder funktioniert auf jeden Fall Die Zaubertricks waren auf jeden Fall was Neues fand ich ein bisschen was war halt schon so ähnlicherweise hatte man schon in Die Unfassbaren 1 gesehen Leider schade, dass Issa Fischer nicht mehr mit dabei ist Dafür haben wir jetzt dabei Lizzie Chaplin die das aber meines Erachtens souverän gemeistert hat Also ich muss sagen sie passt auf jeden Fall da definitiv mit rein hat das cool gestaltet Auch der Rest des Casts ist wieder vollkommen mit dabei das heißt Jesse Eisenberg Mark Ruffalo Woody Harrelson Dave Franco auf jeden Fall noch mit dabei Wir haben wieder mit dabei Morgan Freeman auf jeden Fall Michael Caine ist wieder mit dabei von der Partie Daniel Radcliffe hatte ich ja bereits schon erwähnt Ich glaube ich habe jetzt so von sich alle Großen aufgezählt und das funktioniert auf jeden Fall dieser Cast die passen alle so perfekt zusammen meines Erachtens diesmal allerdings nicht Daniel Radcliffe der da für mich nicht reingepasst hat so ich weiß es nicht es hat mir einfach nicht so gefallen ich bin auch nicht so der wirkliche Harry Potter Freund und auch nicht der größte Daniel Radcliffe Fan der hat da meines Erachtens nicht wirklich reingepasst aber trotzdem fand ich die Idee cool dass man halt die ganze Zeit gesagt hat so so mit Tricks hatte dieser Daniel Radcliffe nicht viel zu tun er sagt halt immer im Film dass die Wissenschaft die Magie schlägt finde ich halt ein cooles eine coole Andöten sage ich jetzt mal so an Harry Potter dass er da ganz anders war sondern Zauberei gemocht hat und da ist es eher so naja komm hier mit Wissenschaft schlage ich die Magie um Längen fand ich das fand ich wiederum allerdings relativ cool dass man den so aufgebaut hat man hätte jetzt sagen können ja Magie ist eigentlich voll cool und so aber man hat das hier doch clever umgesetzt vor allem wie gesagt haben mir hier wieder die Zaubertricks gefallen auf jeden Fall das war cool umgesetzt die Idee dahinter an Menschen fand ich relativ cool ich war überrangt fand ich die Szene die man vielleicht im Trailer so kurz sieht wo sie dort in das eine Gebäude sozusagen hereinkommen und dann wo man sich die ganze Zeit die Karte zuwirft also unterschiedliche Varianten fand ich richtig genial diese Szene ich fand die einfach cool ich kann nicht sagen warum aber ich fand die einfach so genial eine Sache die ich allerdings nicht so gut fand ist ich kam mir immer so ab und zu vor dass man versucht hatte zuerst diesen Film 3D mäßig zu drehen weil da doch sehr sehr viele Szenen waren die so ein bisschen 3D mäßig aussahen ich weiß nicht ob man versucht hat den Film zuerst in 3D zu drehen und hat es dann gelassen also jedenfalls bei mir lieber nur in 2D ich weiß nicht ob er bei euch irgendwo in 3D lief aber bei uns lief er definitiv nur in 2D und es gab ja einige Szenen wo ich gesagt hatte oh das wäre auf jeden Fall eine coole 3D Szene geworden aber irgendwie hat man es dann gelassen und keine 3D Szene draus gemacht und deshalb denke ich einfach man hat es versucht und hat es dann aber glaube ich auch gelassen Budgettechnisch Kameratechnisch ich weiß es nicht auf jeden Fall muss ich sagen dass die meisten Szenen hier wirklich sehr sehr gut aussehen der Cast wieder einmal sehr überzeugt hat ein bisschen enttäuscht auf jeden Fall wieder vom Ende gewesen das war jetzt nicht so das wahre weil halt man doch sich ein bisschen was offen lässt für den dritten Teil der bereits schon für nächstes Jahr angekündigt ist also ich bin auf jeden Fall wieder mit dabei weil ich muss auf jeden Fall sehen wie es weiter geht und damit bin ich eigentlich schon durch mit meiner Kritik zu die unfassbaren 2 am Ende gibt es sowie für den ersten Teil 8 von 10 möglichen Punkten mir hat der Film gefallen ich kann nicht so ganz diese negativen Kritiken verstehen auf jeden Fall die ich so gelesen habe mir hat der Film sehr sehr viel Spaß gemacht er ist schlechter auf jeden Fall als der erste Teil aber bedeutend weniger als wenn ich jetzt 5 oder 6 Punkte gebe weil dafür hat er mir persönlich einfach viel zu viel gefallen und vielleicht man kann sagen ja als 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 Dings Bewertung als Genre Bewertung Thriller oder sowas das ist ja mehr so ein Thriller das ist es definitiv nicht also wie gesagt da ist nichts voller Spannung sage ich jetzt mal es ist immer sehr interessant wie man dann am Ende sozusagen aufklärt und denkt so wie haben die das gemacht aber so richtig spannend sowieso ein Thriller das war es definitiv nicht da würde ich dann doch deutlich von der Punktzahl herunter gehen aber dennoch die unfassbar und 2 hat mir sehr gefallen 8 von 10 möglichen Punkten gab es dafür ich bin raus haut rein und ciao